ja servus leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video und ich freue mich hier verkünden zu können dass wir ja auf unserer homepage nen setup reader haben und das ganze natürlich for free also ziemlich geil da haben sich der maurice und der tom drangesetzt und haben das ganze hier für uns zusammen programmiert also sehr sehr coole aktion großes dankeschön an der stelle nochmal und das ganze ist für euch sehr interessant denn ihr könnt euer setup hier hochladen und könnt euch die werte anzeigen lassen also gerade für leute die zum beispiel auch auf der playstation unterwegs sind und die interesse haben sich irgendwo ein setup down zu laden oder irgendwie setups zu kaufen die haben hier die möglichkeit dann erstmal die setups sich anzugucken dass man sie in der sim oder im spiel hat dann auch installieren kann und eintragen kann aber gleichzeitig habt ihr auch die möglichkeit wenn ihr ja ein setup mit einem anderen setup vergleichen wollt und ihr wollt nicht unbedingt ins spiel dann klicken dadurch klicken und wieder alles schließen und euch das nächste anzeigen lassen dann könnt ihr das ganze hier nebeneinander vergleichen was eine sehr coole sache ist und das kann ich euch mal einmal hier zeigen also geht hier einfach auf den setup reader drückt dann hier auf open setup und ich lade hier einfach mal unser lexus setup aus dem lexus bundle lad hier einfach mal das quali preset von munsa so dann öffnet sich der ganze spaß hier und dann ist das aufgebaut wie im setup auch also ihr seht jetzt hier erstmal den setup namen dann seht ihr hier was eingestellt ist könnt euch hier dann step by step durch das ganze ding durchklicken dampers aero und dann könnt ihr hier auf open next setup klicken und jetzt laden wir zum beispiel mal das renn setup und dann könnt ihr euch hier mal direkt angucken wo ihr die unterschiede sind ihr habt hier beide setups dann quasi direkt nebeneinander liegen könnt das hier wunderbar vergleichen und ja euch angucken wo dann hier unter anderem der unterschied liegt und dann auch untereinander mal mit dem setup von euren kumpels zum beispiel vergleichen oder wie gesagt ihr downloadet euch irgendwie ein setup von hotlab whatever und lest das ganze hier aus könnt das dann einfach bei euch einstellen oder einfach mal gucken was die anderen vielleicht anders machen als ihr das ist ein sehr sehr geiles tool guckt da gerne mal vorbei wir haben auch noch den fuel calculator da oben drin also den kennt ihr ja schon hier um euren sprit auszurechnen den setup share wo nach wie vor ja einige setups zum downloaden parat stehen die alle umsonst downloaden könnt ihr habt hier die quali tools wenn ihr gt3 serie fahren wollt dass ihr hier einsehen könnt ob ihr euch qualifiziert habt für welches oder für welchen split ihr euch hier qualifiziert habt aber gleichzeitig auch noch den link direkt auf die setups auf unserer homepage wo es dann halt e-sport setups aus unserem team oder von unseren friends halt gibt also gerne mal vorbeigucken hier habt ihr wirklich die möglichkeit ja euch verschiedene sachen anzuzeigen hier sind einige sehr sehr nützliche tools dabei und wenn ihr sowas mal verbraucht und das ist glaube ich sehr nützlich weil es das einfach nicht so häufig gibt das ganze gab es mal von simsource aber ja das haben die halt offline genommen und jetzt haben wir das halt wie gesagt hier auf unserer seite sehr sehr cool großes danke nochmal an den maurice und an den tom dafür dass sie das so schnell umgesetzt haben finde ich klasse mega gemacht und ja probiert es gerne mal aus gerne auch danke in den kommentaren sagen sehr sehr nützlich ich glaube das ist für euch alle auch dann ja sehr cooles feature und sonst würde ich sagen viel spaß beim ausprobieren und bis zum nächsten video ciao